Das letzte Mal haben wir ja Dings gemacht, alle gegen alle, jetzt können wir das mal als Team des Matches spielen. Robin, pack deine Cheater-Skills wieder ein. Das war nie mit Absicht. Ja, ja, aber guck mal den Midi-Gun, da verlierst du gar keine Munition und brauchst auch nicht mal nachladen. Du knallst einfach drauf und der spielt das ganze Ding durch. Aber es war nicht mit Absicht. Okay, das ist ein bisschen unfair. Nee, ich finde es fair. Ich kann es auch wohl schwer tun, scheiße. Weil ich... Hä? Auf jetzt. Ja, es war ja auch gut. Kef hat sich das gewinnt, so übernessen, nein. Ja, war letzter Spieltag keine Deathmatch oder wenig. Ich war sogar ganz gut eigentlich, war aber zweiter oder dritter, glaube ich, am Ende. Boah, haben die... haben die guten Waffen bei sich, ey. Wir müssen eigentlich nur Dominik ausschalten, der Rest kann nix. Robin! Oh, nein! Oh, ich komme hier nicht raus aus dem Ding oder was? Ich wünsche, ich könnte das auch sagen. Aber ich habe zumindest auch irgendwas mitgenommen. Ja, war letzter. Ja, was mach ich, öff das mal. Ey, was ist denn das? Was ist das? Das ist eine... Das ist eine... Äpfka. Jawoll! Ach, Mann, ey. Endlich. Da liegt das Füchschen. Hör auf damit, das bin ich! Nein! Achtung, da kommt er mit dem Auto. Vanessa, aus dem Auto raus. Marki aus dem Auto raus. Ne, ne, im Zweifel ist es Vanessa. Ich sag's genau, geh zu sehen, du hast ja nicht geschossen. Robin, mach das jetzt nicht, ich brauche ordentlich Mitspieler. Komm mal, ich bin zu. Kommst du mal bitte aus dem Auto raus da? Ich schommelte bitte nicht. Richtig. Das ist ein Deathmatch, kein Fahrzeug Deathmatch. Ach, das ist mir eben nicht so. Nein! Mann, ey. Scheiße. Mein Gott. Nein, nein, ich muss nachladen. Ich muss auch nachladen. Mensch, wo bleibt ihr denn, Teamkollegen? Wurde getötet. Ich sag, es ist ja auch nur einer, der was kann von denen. Ich? Ja, ich bin außerdem nicht direkt auf dem Himmel. Scheiße. Okay. Ach. Aber Marki hat dich. Und deshalb wurde es erwischt. Warum habe ich hier keine Muni? Nix weiß. Ey, möchtest du schießen? Ist doch nur Klack. Ja, Gott. Ja, wie kann ich das machen, ey? Wie, wie, na. Ach, ich heiße das. Ja, Alter, das hoffe ich. Jürgen, ich habe die Fahrzeuge aus. das neuer unterstützung kiel diesen fuchs macht ihr aufstände sie ist tot schön vor hinten acht euro bin zweis ein bleich blut damit auch ein scheiß auto sei nein oh mein gott warum zeit gegen ein mensch leute wo bleibt ich habe ich habe es nur ich habe wobei das weg geschossen und dann die idee habe ich auch mit der granate das beschuldige gerade von der nase weggenommen warum 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 Achtung! Was? Sehr gut. Robin, Achtung! Hinter uns! Robin, hinter uns! Nein! Jure, wer fällt mich da um, ey! So ein Affe! Der eigene! Nein! Du ich nicht! Sonst versteht einer. Ich geh nicht, ich hab Angst. Mami. Scheiße, ich bin tot. Sehr gut. Sehr gut. Danke! Ich brauche heilen, ich brauche Heilung, ich brauche Heilung. Also, die Karin, du musst erstmal rüberklettern. Ah, mit der Schrotflinte! Ja, nee, ist klar, Alter! Habt ihr einfach aufgesammelt. Habt ihr einfach aufgesammelt? Ja, ja, ja. Gecheatet hast du wieder. Hey, das ist doch nicht wahr! Ja! Nein! Oh, hat der Fächer gedrückt, ey! Freck! Oha! 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 Ich hab bessere Waffen! Meine Waffe! Oha! 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 Da hinten stehst du! Alter! Da! 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 Ich hab' was grad dran denken! Komm Leute, wir machen noch! Noch finden wir! Dann machen wir noch! Ach! Ja, komm! Hab' ich ihn? Hab's ihn? Komm her! Putt, 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 putt! Ich will spielen! Ich dachte, aber danke! Irgendwie haben wir gerade irgendwie den Arsch gerade ein bisschen gerettet! Ja, gut, okay! Von der Seite! Komm Leute, noch drei! Ja, das wird nicht mehr, Leute! Das sind doch noch knapp, sondern noch drei Punkte! Komm, noch drei Punkte! Leute, wir schaffen das, wir brauchen noch drei Punkte! Äh, zwei Punkte! Äh, zwei Punkte! Nein, 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 nein! Vanessa! Nein, 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 nein! Scheiße! Ja! Boah! Ja, ich hab' beide! Wir haben gewonnen! Jawohl! Mit der Haftbombe! Mit der Haftbombe! Mit der Haftbombe! Zwei Mann! Wo gab's Haftbomben? Ich hab' nur normale Granate! Hä? Ja, es gibt überall... Die lag' auf der Straße! Ich hab' nur die normalen gehabt! Ich dachte erst, ich krieg' nur den Flaring, aber dass der zweite auch noch damit dahinter hängt, wusste ich nicht! Boom! Ey, ich hab' die meisten Kills, yay! Hä? Ich hab' auch 18 Kills! Ich hab' auch 18 Kills! Okay, war auch! Ich hab' auch 25! Ne, doch, ja, 18 Kills, 18 zu 12! Wie viel hat der ist? Oh ja! Ich hab' sogar... Punkte! Endlich! Ich hab' immer noch keine Punkte! Oder? Doch, keine Punkte! 12 hab' doch! Korb, du trägst doch schon ne Brille... Ah ne, du trägst keine Brille! Ja, gerade hab' jetzt keine Brille auf! Was kommt jetzt? Oh Gott, was kommt jetzt? Ich soll ja nicht hier vorm Fernseher sitzen! Direkt meine Brille! Ach du... Ceil, sagst du...